Hallöchen und herzlich willkommen zurück in Grand Seft Auto Nr. 4 wir stehen hier mit Franklin am Strand weil ich da jetzt einfach mal so gespawnt bin ich hatte auch schon die Bullen hinter mir weil einer dachte er könnte mich mal so umboxen dann habe ich zurückgeschlagen und natürlich fahre dann auf mich die Bullen los ich habe natürlich schon mein Auto geparkt vorbildhaft hier an West Pooch Beach ja den Strand wollte ich euch auch mal zeigen der fang mega nice aus guten Abend oh oh ein Quatt was denn will Quatt fahren ich darf danke ich bin Lifeguard schön hier mit den ganzen so ein Schirm ist cool guten Abend ich fahre mal durch ähm wieso liegt da ein Schiff? wo ist ein Helikopter? da über mir cool schön freut mich ja wir fahren jetzt hier wieder zu Simeon habe ich mir so gedacht machen wir mal die Mission weiter oder gehen wir mal zum Herr Cutter wer ist hier gleich ums Eck freut eigentlich gar nicht aber wenn ich schon einmal hier bin ja lass mich Alter 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 wieso werde ich denn jetzt verfolgt? wollte ich denn hier ab Alter ich wollte mich zum Priseur was ist denn bei denen falsch? sind sie weg? sind weg gut Interessante Leute ist das Quatsch die hier? boah ist auch geil hier diese Ansicht durch den Helm schick ja die Frisur gefällt mir ja ich hatte gerne hier neue Frisur steig mal mal hier auf jo mir ist mal hier ne geile Frisur da mhm 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 ah schick oh mhm 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 ach du scheiß das sieht ein bisschen komisch aus ähm Astra sieht fast genau so aus oder? ja so ziemlich ne das sieht eins zu eins aus finde ich also ja schauen wir weiter bisschen Haare draufkleben sieht eher so aus wie ein Präsident auf einmal yo geil machen wir die weiß nicht die passen nicht so gut zu Franklin oder? wohl ja kaufen wir uns einfach mal kleben wir ein paar Stoppeln dran so schick können wir noch nach Bärten gucken? yo ich bin Franklin yo yo das sieht natürlich sehr geil aus Stoppeln ne ich finde den der sieht gar nicht mal so schlecht aus oder? machen wir einfach mal machen wir Franklin einfach mal ein bisschen älter yeah das sieht total scheiße aus ich mache lieber doch kein Bad ja doch so ja komm machen wir jetzt einfach so ich bin ja eh meine Ego und sehen das nicht mit der Kappe noch sieht das jetzt total geil aus schön egal ich glaube ich kann dann doch auf die Karte gucken genau wo ist das denn? da ist ne Abonation also ich will ja so genau dann folgen wir mal der netten Navi Tante was er war das ist mein Quatsch cool oder was? ich hab's gerade frisch geklaut äh kauft äh ne klaut äh ne doch gekauft ja gekauft genau ich hab's doch nix klauen ich zufrieden doch nicht nein ich würde so was nicht machen kommen wir da durch? schaffen wir das? sehr elegant boah wie die Sonne einfach hier aufgeht gerade schick machen wir mal die Kino Erde Perspekt tiefe yeah nennen 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 sehr schön muss jetzt nach rechts oder? yo aber was habt ihr denn? ich hab nur mit dem Wasserhydraten umgefahren ich hab doch eh alles was zu trinken ja so schnell ist das Quartier jetzt aber auch nicht macht aber Spaß damit zu fahren kann sich doch nicht umfahren hier nein ich will da nicht rein ich will da auf meinen Quatsch yo Fahrerflucht hallo Fahrerflucht hallo hallo stehen das gibt's doch nicht ähm ne hier wollte ich jetzt nicht unbedingt her schön hier wie das doch mit dem Gras aussieht seitdem war ich meinen Helm auf die Kappe weg Helm auf ich frag mich immer wo er die Kappe hinsteckt hm kann ich hiermit kein Wheelie machen? ich glaub nicht müssen wir auch nach links schon hallo hallo hab was denn ich fahr richtig nabend Simeon ich bin da den Helm sieht man jetzt gar nicht ah jetzt nimmt's dann ab interessant moin so good to see you so good hold me yeah look man look we've been working together for about a few months now right which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month huh anyway congratulations it wasn't easy picking a winner yeah me Lamar your nephew Sachi with the Twitch look man it's been a real honor homie but I gotta move forward in my life it seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes I tell you what my boy you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be what today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates but tomorrow together I never had a black son but if I did I want him to be just like you knock knock niggas hello Lamar what's up what's up Franklin here has been awarded employee of the month you fucking with me right man we both being fucked with dog man knock it off man for real after all the motherfucking work I put in man man fuck this employee of the month shit homie I'm sitting up here trying to get a what you mean fuck this employee of the month shit man when it's some shit to be won god damn it I want it I don't give a fuck what it is you know what I'm talking about I take no prisoners I go hard doing this shit big dog big nuts when names is on the motherfucking board I want to see my name at the top of that motherfucking next to it it needs to say winner maybe next month fuck next month Simeon what about today I demand a retrial today is nothing just a bike hasn't made a payment at all some kid at Vespucci beach his name is Estevan Jimenez is he in a gang curiously enough I did not inquire when he bought the bike we got work to do uh employee of the month fuck you and come on man he's about a yes master ass nigga let's go to Vespucci joe machen wir probier mal was man fuck you nigga I wish I hadn't had the cut natürlich fahre ich oder? kann ich jetzt einsteigen? aaah natürlich nicht der Kugelwesen hat er ja bin Employer of the month's hier welchen Wagen nehmen wir denn nehmen wir hier den der Kugelwesen hat die Schatten über die die März jedes Verstift in Landrufer dann über die Erden Spitzen den Prozent konkrete eine politische dann immer dem einen Kugel über uns leiden für uns mal aus die Barsch-Bot-Bahn ein Wunder Prozent Prozent ich glaube ich muss auch Radio ausmachen Besser. So leid es mir tut, ich liebe die Musik genauso. Ja. Ja. Nothin' but love, nigga. I'd send me the funny dude though. It's gonna be a shame when we get the bookers ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? I'm a psychotic motherfucker. That's how shit works, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped and then you start all over again with some other food. What the fuck you get that from? That ain't my life, dummy. I'm gonna get caught up. I'm gonna get caught up with that. I'm gonna get caught up with that. Was mich ein bisschen stört, dass... Am PC hätten sie das wenigstens machen können. Ähm... Ne das jetzt nicht. Sondern, dass die Spiegel auch richtig funktionieren. Ich find, die Leistung vom PC hätte dafür ausgereicht. Vielleicht an der Playstation jetzt nicht mehr export. Wir sehen uns zum Aufbruch hier. Aber am PC hätten sie das doch einmachen können. Vielleicht kommt das hinterher noch in so einem Patch oder so. Oder als Mod. Mal gucken. Moin, Drunkman. Ach, okay, ja. Sei doch mal ein bisschen netter Lamar, der arme jetzt. Oh, tut mir richtig leid. Ähm. Was verhindert er so? Oh nein. Nein. Gibt's nicht. Wie geil war das denn? Ah, schön. Sehr schön. Wie geil. Wie geil. Wie geil. Hey, du schubst ihn jetzt nochmal um. Ja, ist doch mal nett. Oh, ich lauf gegen den Zaun. Ich liege ihm ein bisschen auf den Weg, ja. Abend. Wie geht's hin? Oh, ich lauf gegen den Zaun. Oh, schicke Bäckchen steht hier. Ja. Ja, ich lese mal. Du schickst, du schickst, du schickst. Ja, du schickst, du schickst, du schickst. Hm. Öffne ich einfach mal. Man, ain't this butter bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit nigga. Hola amigos. Moin. Hey, Leute, was geht denn hier ab? Danke. Danke sehr für die Waffe. So macht das. Da vorne steht einer. Hallochens. Wir wollen doch nur ein Motorrad haben von euch. Der ist schon weg. Wir müssen hier weg, alles klar. Hol das bitte. Äh, ja, gerne. Bam. Guten Tag. Franklin ist da. Alter, wie viele gibt's denn vorhin von denen? Da oben steht auch noch einer. Ich treffe aber nicht. Alter, alter. Oh, da oben. Tschüssi. Äh? Uah. Alter. Äh, lad nach. Lad nach. Alter. Wer fährt denn da so blöd? Hallo, Corona. Boah. Bleib liegen. Sehr schön. Kurz nachladen. Ich glaub, alle sind weg. Kann ich hier einsteigen? Alter, wir müssen wegwerfen. Mann, wir kamen nur hier für eine Beine. Und der ist da. Ey, n***er. Komm her. Oh, 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 oh. Der hinten fährt der. Ach, shit. Ich glaub, ich hätte mit dem Auto gefahren sollen. Ah. Shit, 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 shit. Schnell rüber, 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 rüber. Ah, verdammt. Nehmen wir unser Bullet jetzt hier wieder mit. Los, Lamar, stag ein. Meine. Zack, zack. Ob wir das noch schaffen? Ah, wir schaffen das. Boah, alter. Ähm, Lamar, willst du nicht lieber fahren? Okay, 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 okay. Jetzt ist er hier links gleich abgerogen. Warte mal, ich probier das mal. Kann man hier so ein bisschen schneller abbiegen. So, los geht's. Jetzt Lamar quatsche weiter. Uah, alter, uah. Alter, was für ein Sprung. Uah, nein, 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 nein. Muss ich denn umfahren, oder? Yo, hallöchen. Hallöchen. Oh, er ist hingefallen. Ich war das nicht. Er ist hingefallen. Yeah. Ich lass ihn mal im Hinterkonto ein bisschen leise laufen. Kann ich ihn noch leiser machen? GEMA und so. Kennt das ja. Das Spielchen. Yo. Oder ich könnte auch eigentlich eigene Musik reinmachen. Das könnte ich hinterher mal versuchen. Ja, aber jetzt erstmal nicht. Könnt ich mal nach GEMA freier Musik gucken, oder so. Also, ganz ohne Musik ist ja auch blöd. Ich, also. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber. Ich bin das so ein bisschen langweilig dann. Yo, yo, ha rein. Uah. Ich war ganz vorsichtig. Oh, schickes Motorrad. Nimm, 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 nimm. Hallo, Willy. Uah. Fass umgefallen. Und nach rechts mit uns. Oh, ich kann aufblenden. Oh, hm. Schick. Cool. Blende ich die jetzt alle. Blende, Blende. Blende, Blende. Blende, Blende. 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 Car Wash. Da wollen wir uns auch Auto fassen. Guten Tag. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga. That's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp that motherfucking ass. We can't report the asses of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga. And we ain't going to neither nigga. I'mma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Verstanden. Rückführung. Ah, Kopfschüsse. Neue Wege. Auch nicht. Ja, nur Bronze. Leider Jottes. Ah, besser als nicht. Wir haben's wenigstens geschafft. Das ist ja auch alles. Kommen wir hier in die Baschstraße. So spaßeshalber. Ich glaub ich fahr grad falschrum rein, oder? Yo, ich fahr falschrum rein. Ich mach mal ein Licht aus. Für mehr Style. Ähm, geh nicht rein. Fahren wir hier zu Abschluss der Folge nochmal in die Baschstraße. Kann das einfach mal machen. Ich will mal gucken, was da passiert. Ich fahr rein. Yeah. Wow. Oh. Das ist cool. Ja, das ist ja nice. Alter, wie cool ist das gemacht. Jo, noch was nass machen, aufspülen und jetzt füllen. Und fertig. Ist aber geil irgendwie. Zurzeit eben nicht, aber auch mein zwar nicht, aber hat was, ne? Ach, schön sauber sind wir. Oh, Alter. Glänzt der jetzt wirklich mehr? Ich glaub schon. Ich weiß, es ist ein geiles Auto, ne? Das Twitch kommt raus, Alter. Ich hab... Das Twitch kommt raus, Alter. Das Twitch-Shit. Er hat seine Zeit abgesessen, ey. Wir melden uns, man. Yeah. Mama. Süßer Hund. Als Profilbild. Kann ich antworten, oder so? Ich ruf mal an. Einfach mal. Geh nicht dran, oder? Woah. Geil. Naja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von... Wend. Sam. Auto. Nummer 5. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.